Liebesschmerzen gehören auch zur Liebe dazu. Wenn du einen Menschen vom Herzen liebst, dann kann das auch mit Schmerzen verbunden sein. Und es gibt verschiedene Arten von Liebesschmerzen. Wenn du frisch verliebt bist und nicht weißt, ob der andere deine Liebe erwidert, gehst du durch ein Chaos von Gefühlen. Zum einen manchmal Freude und irgendwo Verbindung und Sehnsucht. Und im anderen, wenn du irgendwann meinst, er liebt dich nicht oder sie liebt dich nicht, ist es Schmerzen, Liebesschmerzen. Und wenn ihr euch gefunden habt und ihr seid eine Weile getrennt, dann gibt es andere Liebesschmerzen, nämlich den vorübergehenden getrennten Schmerz. Du würdest so gern den anderen umarmen und so weiter. Das sind wiederum Liebesschmerzen. Dann wird vielleicht der andere Dinge tun, die du nicht so magst, wieder Liebesschmerzen. Dann weißt du nicht, ist der andere dir treu. Dann hast du Eifersucht. Auch das gibt dir Schmerzen. Und dann gibt es Auseinandersetzungen. Dann gibt es Beziehungsschwierigkeiten. Und dann weißt du nicht, wie es weitergehen soll. Liebesschmerzen. Vielleicht verlässt der andere dich. Vielleicht geht eure Beziehung in die Brüche. Vielleicht wird der andere dir untreu. Oder du bist dem anderen untreu geworden und du bereust es. Du weißt nicht, wie sollst du es ihm erzählen oder nicht. Liebesschmerzen. So ist die Liebe verbunden mit Schmerzen. Und das ist letztlich auch wichtig. Also nicht, dass du all diese Schmerzen empfindest, aber zum Leben gehört Wachstum. Leben heißt Wachsen. Leben heißt Lernen. Und Lernen tun wir eben nicht nur durch Freude und nicht nur dadurch, dass alles gut geht und alles schön ist. Wir leben und wachsen insbesondere dadurch, dass Dinge auch schief gehen. Wir leben und wachsen insbesondere auch dadurch, dass wir Leid empfinden und Schmerz. Es gilt, das auch anzunehmen.